salut und damit herzlich willkommen zurück bei einem weiteren epischen showdown hier bei deinem general ricky und stick tournament einem herzensprojekt von mir von einem guten freund entwickelt namens sir steven hier ist er hört ihn zu einen wunderschönen guten tag ich habe sogar ein paar fragen vorbereitet die ich dir dann stellen werde ich bin nämlich ein kleiner fuchs und dann gucken wir mal ob alle unsere wissenslücken und unsere gier gestillt wird aber erstmal muss ich kurz in die einstellung reingucken was haben wir denn hier audio einstellungen anzeigeeinstellungen schmeckt mir sehr gut tastatur belegung ok tastatur und controller sehr geil mega mehr spieler namen immer anzeigen kurzen namen nur eigenen namen also auch dsg vo konform hat ja wir haben auch die statistik auch sehr geil und es gibt sogar steam achievements na richtig mega bis jetzt waren sechs stück aber es kommt noch welche dazu also immer mit der ruhe ok ok die credits sind schon mal sehr sehr geil haben wir die beiden legenden und den steven waren wir gerade im disco drin so ok was können wir bei anpassen machen emojis aha weil hier könnte ihre werbung stehen ist ein easter egg steven da hätte ich gern general ricky oder sowas stehen wie viel muss ich denn hier dafür löhnen per paypal das bleibt ein geheimnis erstmal ok also hier kriege ich dann eine dm na gut genau kannst du noch ein paar e-mails ausgehen wenn du willst spiel hosten emotes sind witzig ja ja klar wenn du lieber zwischenzeitlich machst immer bitte kurz auf twitch settings und stell noch mal ein dass dann der chat mit voten kann twitch settings chat habe ich schon eingeschaltet beim test wir mal einfach noch mal an und aus genau einfach noch mal an und aus mal wird erledigt gut und ihr seht schon hier oben links 46 verschiedene maps gibt es 46 minigames da ist noch eine ganze menge dazu gekommen sehr sehr geil wollen wir gleich erstmal alle 46 drin lassen moment spiel beitreten da sind wir wir können ja der lobby schon spielen herzlich willkommen an dank septem grüß dich mein lieber und dennoch sauter wei hallöchen und gameboard da oben in rot hallöchen mein lieber salut da ist euer general ricky wir sliden erst mal sein hoch man kann normal rennen man kann schnell rennen man kann sich ducken man kann sliden man kann springen man kann doppelt springen man kann die wand hochrutschen also es ist hier einiges an action geboten und ich würde sagen wir gehen erst mal ins tutorial rüber das ist der tutorial raum so sieht es aus mache einen doppelsprung und klettere über die wand wenn du die wand berührst und noch in der aufwärts bewegung bist läufst du die wand hoch andernfalls rutschst du nur herunter okay pass auf und rüber easy first try man kann uns ja auch festhalten rechts alle und rüber und rüber sehr geil mega wie mache ich so ein mode 1 2 3 4 1 2 3 4 geil okay und fünf und fünf dann muss man loslegen und diese ist gerne in diese im modus kann man dann auch dann nochmal ändern das ist ein geiles feature respekt ihr mädels dann würde ich mal sagen schicken wir uns mal rein eine kleine information und anzahl auf 46 genau okay und man kann sogar den levels wieder anpassen man kann das sogar langsamer machen dass die level langsamer laufen oder halt dann hundertprozent dass wir doppelt so schnell laufen oh mein gott erst mal auf null erst mal erst mal auf null machen wir so gut und ich bin es kann man ausnehmen nicht dass er dass man das auch noch wüsste also rechts unten ist dann das ist ja geil auch flaggen genau cool das wusste ich auch noch gar nicht oder nehme ich doch gleich meine güte das ist wahnsinn ich bin der regenbogen mann okay wir können jetzt gleich die zuschauer abstimmen mache immer auf wo wo settings ja dann hast du ja da stehen jetzt keine abstimmung starten jawohl da kannst du einen auswählen ob wir zu 100 prozent da kommt die wirklich bei jedem level 90 prozent 80 chance und so weiter jawohl und und mit weitern auf 20 sekunden einstellen dass der tschotter stadt noch gut war kann wegen dem delay noch 30 ok gut welche legenden sind denn hier gerade live mit im stream am start wer möchte namentlich vorgelesen werden und in die geschichte eures general rickis eingehen 1 in den chat viking neo crashy crash hunter alex ghosty mistress homer xenion hellraiser war inox knoppelschaden schwobbel malak hält des geldes finn dacme feister dennoch zu koto homergy julian trudy bodo last viking joker fertig takan steffen raffel texas jendrik daco pichler und viele weitere lockerinos und natürlich der floh spiel starten jump on the right color ok und ihr könnt jetzt abstimmen im chat meine legenden schaut mal eins für niedrige schwerkraft zwei in den chat für kamera auf den kopf drei für wechselnde schwerkraft und vier für gespiegelte kamera ok die runde war ein bisschen schnell vorbei also ich verstehe jetzt gerade gar nicht wo es ging noch mal special effects wenn der chat irgendwas schreibt zum beispiel links oben kommt dann kommt dann überall mal die graffitis bei einigen maps geil unser e-mode im chat im screen guck mal oben links ja ja es ist es ist es ist okay die abstimmung läuft noch geht gleich weiter okay nice so hier dürfen wir nicht runterfallen okay ihr könnt wieder abstimmen nein 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 wo bin ich oh 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 wow das ist aber fies okay also im stream war das genauso umgekehrt ich dachte jetzt geht jetzt dürfte ich das schlag das hat der chat gewartet das war aber richtig böse ach der chat kann worten was für nebeneffekte da gibt ihr könnt auch selber mit voten wenn er in der namen hat ein worauf habe ich mich eingelassen jetzt wirds geil und das kenne ich auch noch wie geil ist das denn ok komm her komm her ich bin mit dem gewinnerteam ich bin mit dem gewinnerteam komm schon wir schaffen das jetzt präsentiere ich ihn ein volleyball match der geistesklasse Und hoch hier. Sehr gut, solide. Jetzt rüber mit dem Ball. Rüber, komm schon, komm schon. Nico, der Letzte, was du, komm. Oh, okay. Und hier kommt der Helmstapte. Fatschika, oh mein Gott. Jawohl, so macht man das. Und? Der Fuß geht in den Effekt, ja. Komm schon, komm schon. Oh, nein, der hat... Komm schon, wir kriegen den rüber. Ab mit der Flutsche. Warum schwimmt denn das Bild so? Habe ich einen Trip? Das ist der Fuß-Skin-Effekt. Fuß-Skin-Effekt. Okay. Und? Komm, wir holen den rüber. Sehr gut, sehr gut. Und jetzt aber. Und gleich blockieren. Gut da, Junge. Nein! Sag dir doch. Ah, scheiße. Nein! Sehr gut, perfekt, perfekt. Ja, ich lass denen halt noch einen Punkt, damit die nicht zu Null ausgehen. Jetzt, das war ein guter Wurf. Der war super. Jetzt schön hier gleich blockieren. Schön, schön, schön. Nein, wir haben es noch, wir haben es noch. Warte. Und? Rüber damit mit der Flutsche. Oh, der Deno, der ist aber on fire. Schön, schön. Und hoch hier. Ah, die kriegen den nicht mehr rüber. Die kriegen den nicht mehr rüber. Schön. Jetzt noch einmal berühren, ja. Was? Äh, fünfmal insgesamt habe ich probiert. Ja, Chapeki. Yo! Nein! 2 zu 3, perfekt. Mega. Puh. Okay, mach mal so. Ich fühle mich gerade, als würde ich gerade selber wirklich Volleyball spielen. Jetzt rüber. Oh mein Gott. Ja! Nein, nein. Bleib drüben, bleib drüben. Oh! Mizzle, die Mizzle. Ja. Schön, schön, schön. Oh, schade. Mist, Matchball. Matchball. Jetzt müssen wir aufpassen. Hab Angst. Oh nein. Sehr gut, sehr gut. Pass mal auf, wenn ich das jetzt mache. Bams. Hä? Was war das denn? Alter, Vater, das war ein Schmetterball. Cheater. Yay, die erste Runde gewonnen. Dodge the walls, okay. Ihr könnt wieder abstürmen. Wir können schneller laufen, ja. Ach du Schande. Äh, ja. Jawohl. Äh, okay. Gut, easy. Kling, Van. Bin da. Ruhig bleiben. Das kann man voll schwer einschätzen. Ab und an, ja. Ja, stimmt. Ihr seid aber gut. Oh Gott. Okay. Und stimmt schöner ab, meine lieben Zuschauer. Äh, ducken. Oh mein Gott, ich wusste gar nicht. Easy. Ei, 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 ei. Oh, oh. Oh, oh je. Gut. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab's falsch eingeschätzt. Ich bin doof. Deino, du bist auch raus. Was steht denn da? Kann man sich hier auch verhebigen? Ja klar. Okay. Äh, was ist das denn da? Hä, wie haben denn die sich da eingetragen? Ich will, dass da Salud Rekroth steht. Wie geht das? Sobald die im Chat schreiben, das ist dann automatisch. Ey, geil. Schreibt mal Salud Rekroth, meine Süßen. Nee. Weil der Text steht, glaube ich, ich weiß nicht, ob der Text da steht. Hm. Pies hat dir doch gerade niemand geschrieben. Von wen ist das? Nee, das ist von mir vorgegeben. Die Texte, die da kommen. Ach so. Nichts Negatives steht, weißt du? Aber da stand doch gerade, äh, F the System stand doch gerade da. Ja klar, das ist aber nichts Schlimmes. Ach so. Okay. Und ich schreibe da noch, dass ein Danny sauer dabei ist. Ach, schau. Nee. Bin dort. Und dort. Was ist mit euch los? Was ist das denn? Das ist Wind. Ich hab mich geduckt, weil ich dachte, ich überlebe. Eieiei, die Runde ist schon vorbei. Ihr könnt aufhören mit voten. Dankeschön. Nee, was ist das denn los? Kann ich die Vote-Zeit jetzt noch verkürzen? Nee, ne? Nee, 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 nee. Okay. Aber ihr könnt mal auf die vier aufn am Bett rücken, wenn ihr wollt. Auf die vier? Ja. Jetzt bis spät. Ja, jetzt kommt auch das Spiel. Ihr könnt doch mit voten. Ach, die drei, ihr legt mir scheiße. Als Spieler. Okay, nein, da. Oh, nein, nein. Es ist schon wieder alles gespiegelt. Was soll das denn? Damit kann ich leben. Das kann ich nicht. Ich schon. Ich will das nicht. So, Steven. Jetzt zwischen... Ein Match der Giganten zwischen Dunseptam und Sir Steven. Wer wird dieses Duell der Giganten für sich entscheiden? Es ist Sir Steven. GG. Langsam wird's unfair. Ey, na... Es ist... Der Entwickler, oder? Es ist unfair. Wie sollen wir gegen den gewinnen? Der hat das schon eine Milliarde Stunden gespielt. Gefühlt, ja. Oh, was ist denn das hier? Hä? Hilfe. Was? Was? Ach, durch die gespiegelt. Ja, ich hab gewonnen. Wollen. Bug report? Das war viel. Ja, ja, genau. Okay, wir haben einen Bug gefunden. Nächster. Ja, ja. Okay. Es ist ein Droll. Alles gut. Jawoll. Schmeckt. Das nehmen wir mit. Deswegen ist das Spiel ja noch im Early Access. Genau. Man kann so viel testen, wie man will. Es kommen irgendwo immer noch Bugs, die man gar nicht in 5000 Stunden gesehen hat. Na klar, das glaube ich. Ja, das hat immer gesagt. Gerade, wenn hier gespiegelte Kamera oder sowas drin ist. Nee, das gar nicht mehr. Sondern wenn wir nur eine Einstellung zum Beispiel verändern, dann ist es manchmal echt auch nicht mehr gespielt. Nicht schon wieder gespielt. Nein. Nein, nein. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ich bin noch drin. Ich bin noch drin. Guckt auf euren General. Schaut, wie er das regelt hier, das Business. Easy. Easy peasy lemon squeezy. Habt zwar ein paar Beulen, ein paar Blessuren, Knie bluten, aber alles gut. Bin da, bin da. So Steven. Ich bin schon mal weg. Mich kriegst du nicht los. Oh, oh, oh. Tschüss. Ähm. Oh no. Ich bin oben. Ich bin oben. Oh. Oh. Hä? Oh, chicka pie. Da fällt jemand. Das ist doch alles immer. Warum sind die Controls durcheinander? Ja, wegen gespiegelter Kamera. Was habt ihr denn hier gewartet? Gespiegelt. Nein. Also, so wird es nichts mit eurem General hier. Den nächsten einen Punkt könnte man machen jetzt hier, ne? Ach, Mensch. Ich schnappe den dritten. Bombay Area, das ist mein Game. Wir können wieder abstürmen. Eins fürs Goalscreen. Halbe Laufgeschwindigkeit, doppelte Laufgeschwindigkeit, niedrige Schwerkraft. Stimmt gerne mal ab. Wir haben jetzt eine Changing Gravity. Das heißt, entweder mal hoch springen oder halt ganz, ganz wenig nur springen. Oh, wir haben fast... Ich bin super schwer. Boah, ich hab das Ding ein Headache gegeben. Ach du Heiliger. Jeder kriegt eine andere Schwerkraft. Oh, okay. Gib mir mal niedrige Schwerkraft, meine Süßen. Sir Stevens raus, das ist unsere Chance. Ja, na sicher. Oh, scheiße. Steck es, steck es. Steck es. Steck es. Steck es. Oh, ja. Jawohl. Denno punktet. Geil. Let's go. Und dieses Spiel gibt's auf Steam, meine Süßen. Stick Tournament heißt das. Wir verlosen dann auch gleich noch ein paar Keys. Oh. Also, ich... Ja, entgegen dir selbst in Richtung wäre gespiegelt die Kamera oder so. Ey, das ist total fies mit den Votings. Das ist super hart. Oh, jawohl. Ja, ja. Nein. Oh, solide. Super. Gamebot punktet. Endlich mal. Bin ich letzter Platz sehen, das meine entzündeten Augen richtig? Ja. Das ist korrekt. Das zwickt. Kick Player sehe ich hier. Das lächelt mich gerade so richtig an. Stay on the platform. Okay, mach ich. Stay on the platform. Okay. Auch quick. Gut bleiben. Servus. Grüüzi. Und hallo. Wer durchkommt zu dir. Servus. Hoa. Ich denke, hier drüben rechts sind wir sicher. Hier ist gut. Okay, aber wir können halt auch nicht mal nach... Oh, oh. Ich fühle mich hervorragend. Oh, das muss klappen. Oh, oh. Denno. Denno. Hallo. Na, alles klar? Hey. Oh, oh, drei. Oh, oh mein Gott. Okay. Oh, no. No. Nein. Nein. Sir Steam holt das Ding ganz knapp nach Hause. Er hat es genau getimed. Ja. Oh, es ist böse. Doge. Auch nach oben. Ach. Nein, das war ja richtig fies. Wie bitte? Mit der gespielt... Oh, das war richtig fies mit der Kamera jetzt. Das ging schnell. Ich klappe mal die Voting zu. Also das mit den Effekten ist richtig freudig. So. Ey, das ist ein richtig fieser Effekt. Das ist wirklich ein richtig fieser Effekt. Meine Lieben, wer von euch Bock hat auf Stick Tournament, schreibt jetzt das Wort Salud in den Chat und hat ein Los im Lostopf. Die Lostrommel ist geöffnet, meine Lieben. Jeder, der Bock hat, Salud in den Chat. Und dann können wir hier auch mal zusammen das zocken. Auch gerne off-stream. Oh, ne. Oh, ne. Ihr habt es auf den Kopf gestellt. Nicht auf den Kopf. Das ist... Okay, cool bleiben. Jetzt kommen wir doch zurück, das Ding. Mach mich nicht fertig. Da steht ein Herz auf den Kopf. Wer hat denn das geschrieben? Da steht ein Bohr. Boah, was steht da? Boah, was? Komm her. Hör da. Männers, ich kriege hier gerade Zweißausbrüche. Das ist cool, ne? Und da unten der Mario. Von wem ist der Mario? Nein. Oh, Steven. Aug um Aug, Zahn um Zahn, Baby. Du gegen den General. Hättest du dir das ausmachen können, dass es eines Tages so weit kommt zwischen uns? Jetzt ist es so weit. Fokus, Fokus now. Du willst es drauf anlegen, du willst es drauf anlegen, ja? Ja klar. Ich sehe das schon. Aha. Ja, na klar. Aha. Okay. Wie schnell soll sich das noch drehen? Noch schneller. Oh mein Gott, das war's noch schnell. Oh mein Gott, Mist. Du bist doch ein Cyborg. Anders kannst du mich dann nicht besiegt haben. Ja, Kamera auf den Kopf. Ach nee. Wo bin ich? Tot. Oh mein Gott, nicht schon wieder. Ja, geil. Ich hab noch ein paar Mal. Ich hab mich halt einfach noch nicht gesehen und direkt tot. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Nicoliches. Spring. Spring. Und das war's. Ah. Knie durch. Toch. Musik ist aus? Nee, Musik ist leise hörbar. Okay, nicht runterfallen. Das ist mein Game. Höhere Schwerkraft. Ey, die ist rumkauft das hier. Müsst du aufpassen, ne? Ach du Schande. Was habt denn ihr mit meiner... Also die Twitch-Votes, die sind schon ziemlich satanistisch, muss ich sagen. Ja. Die sind sehr satanistisch. Deswegen weiß ich jetzt nicht so richtig, was ich von niedriger Schwerkraft halten soll. Ich find's gut, ab und an. Das ist lustig. Das ist sehr böse. Dafür ist es ja gedacht, um den Klima, um die Spieler nochmal zu stressen halt, ne? Ich habe null Siege bisher. Na, wer kennt das Level? Oh nee, oder? Nee, nee, nee. Hoch, rüber. Okay, alles wieder gespiegelt. Aha, aha. Ach du Schande. Das war ein großer Batzen. Ich geh sogar... Oh, oh! Böser. Da höre ich mich auch immer an, auf den Stuhl. Oh, ich hab überlebt. Hallo, da bin ich. So, Sir Steven. Jetzt ist erst mal Zeit, den Lostopf zu schließen und den ersten Gewinner zu picken. Wer bekommt den ersten Key? Oh, wartet, ich muss jetzt erst mal ran hier. Oh nee, ist schon wieder alles gespiegelt. Warum? Warum? Nein! Mit der Maus. Mit der Maus. Mit der Maus. Mit der Maus. Okay, cool bleiben, cool bleiben. Ich kann nichts tun. Cool bleiben, ich bin da. Mit der Maus spielen. Cool bleiben. Mit der Maus. Oh mein Gott, das ist schlecht. Da oben ist schlecht. Da oben ist sehr schlecht. Runter, 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 runter. Komm. Wir sind Spider, Ricky. Oh mein Gott. Bin ich noch drin? Ich bin noch drin. Oh, 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 oh. Rüber hier. Hoch. Schön. Runter, 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 runter. Da zeigt sich an der Maus. Die Kunst von Worms, Ricky. Richtig. Das nimmt ja ein Seil. Oh, Nicole. Da bist du wirklich halt einfach... Oh nee, bist du schon tot? Nee. Okay. Ich bin sowas von im Game so, war schon nie im Game. Ja, ich glaube, diese Runde geht an dich. Oder auch nicht. Mein Seil. Mein Seil ist gerissen. Oh Mann, oh. Schmoll. Ich glaube, das geht an dich. Oh. Oder auch nicht. Der erste Key geht an Ghostwolf. 9090. Ghosty, mein Süßer. Du hast Stick Tournament gewonnen. Der erste Key geht an dich. Ausrufezeichen GZ. Ausrufezeichen Applaus. Mega. Ich habe keine Schwerkraft. Ich schreibe mir bitte... Mir ist eine zu hoch. Oh, Jackaba. Wir müssen hoch. Wir müssen hoch. Ich habe schon wieder keine Schwerkraft. Ach, hier auch nicht. Ich hätte ohne Stehe. Schreibe mir bitte in den Discord, mein Süßer, ja? GZ. So, Steven, ich habe Fragen für dich vorbereitet, um dich abzulenken. Na klar. Bist du bereit dafür? Natürlich. Dann werde ich dich jetzt interviewen, während wir hier spielen. Okay. Wie seid ihr darauf gekommen, dieses Spiel zu entwickeln, Steven? Ähm, einfach nur eine Idee war das, für einen 2D-Multiplayer. Und dann sind wir irgendwann einfach darauf gekommen, sowas zu machen, in dieser Art halt. Ja. Einfach mal zum Testen, wie gut wir das können eigentlich programmieren und so. Okay, also als kleine Herausforderung an euch selber gewesen, quasi. Genau. Okay, cool. Wie lange habt ihr programmiert an dem Game? Ähm, zwei Jahre ist es jetzt her. Da haben wir angefangen mit zwischenzeitigen Pausen, aber ungefähr eineinhalb Jahre insgesamt. Das ist ordentlich. Und ihr habt das komplett zu zweit gemacht? Richtig, genau. Autsch. Das ist stabil. Das befindet sich ja jetzt im Early Access seit ein paar Tagen. Ähm, wie ist denn bisher so das Feedback, was so reinkam? Habt ihr, was kam denn so am meisten als Feedback rein? Positives. Also, alle, die das gespielt haben bis jetzt, fanden das echt witzig. Natürlich gibt es eine, also hier und da mal die Bugs, die man halt dann fix macht. Das machen wir eigentlich dann sofort. Am gleichen Tag noch, die wir halt finden. Ja, ansonsten war es echt gut bis jetzt, das Feedback. Das freut mich. Ich weiß, es ist jetzt nicht so populär geworden, aber, also noch nicht so populär, aber das wurde dann halt mit der Zeit. GG. Ja, ich hoffe, da sind wir ja jetzt gerade dran. Auch nochmal an der Stelle ein Appell an euch, meine Süßen, meine lieben Zuschauer. Ähm, wenn ihr das jetzt hier seht, Stick Tournament. Ihr braucht ja nicht sagen, ja, ich hau's mir jetzt sofort in den Warenkorb, kauf es mir jetzt. Aber packt es euch sehr, sehr gerne kostenlos in die Steam-Wunschliste, damit dieses Spiel weiter oben gerankt wird bei Steam. Das ist ganz, ganz wichtig. Ihr kennt ja manchmal so die Empfehlungen bei Steam und so weiter. Und dann wird quasi Stick Tournament anderen Menschen eher vorgeschlagen, wenn viele das auf ihrer Wunschliste drauf haben. Das ist wirklich so ein kleiner Herzenswunsch, den ich an euch habe. Oh, yo, Ricky holt die Runde! Yes! GG! Mein erster Punkt, ich bin zurück! Ja. Das ist wirklich so eine kleine Herzensangelegenheit, wo ich sage, packt euch das bitte bei euren Steam-Account auf die Wunschliste drauf. Auch damit es eure Freunde sehen, eure Kumpels oder Ghosty, wenn du das Spiel jetzt gewonnen hast, vielleicht zocken wir das mal off-Stream und da holen wir noch zwei, drei andere ins Boot. Und der Steven, der ist bestimmt auch ganz locker flockig und gibt mir mal noch ein, zwei Keys zum Beispiel. Also ist alles gar kein Problem. Richtig. Ich würde mich wirklich freuen, wenn das so ein bisschen durch die Decke geht, das Spiel. Wie sieht es aus mit anderen Streamern? Wie viele andere werden das noch streamen? Bis jetzt, bis dato sechs Stück ungefähr. Das hört sich gut an. Das hört sich sehr, sehr gut an. Ich hoffe wirklich, das geht noch ein bisschen durch die Decke, das Game. Ich gönne es euch vom ganzen Herzen. Ja. Ich hoffe, ich hoffe. Erstmal danke auf alle Fälle dafür. Sehr, sehr gerne. Nee, gut. Das geht nicht mehr an. Weil zwei Jahre ist schon ordentlich. Und ihr habt ja auch... Jetzt bin ich da reingerutscht. Du hast ja auch... Ich hab ja... Wir stehen ja schon seit Langem im Kontakt. Ich glaube, wir kennen uns jetzt so sieben Jahre. Und ich weiß ja, dass du vorher auch mal ein Spiel entwickelt hattest. Auch mal was Twitch-Interaktives, was ich damals schon gestreamt habe. Und das hier ist quasi das Ganze nochmal auf einem ganz neuen Level. Und du hast ja auch wirklich jeden Tag immer reingeschwitzt und warst am Programmieren neben deiner normalen Arbeit. Also der Sir Steven und sein Bruder, die sind nicht hier nur Programmierer. Sind nicht nur ein Gaming-Studio, sondern die gehen beide noch voll arbeiten. Aber ganz, ganz wichtig, das mit zu erwähnen. Also das ist wirklich schon eine große Leidenschaft, die dahinter steckt. Das unterstütze ich natürlich sehr, sehr gerne. Jetzt machen wir so ein bisschen auf Superman, okay. Super-Deno, Super-Deno fliegt in seinem gelben Umhang. Was waren denn die größten Herausforderungen bei der Spielentwicklung, Steven? Wo sagst du denn, boah, das hat uns am meisten Schweißperlen auf die Stirn getrieben? Das Multiplayer alles richtig funktioniert. Okay. Und halt die Implementheit ist runter zu. Das war wirklich extrem, weil... Man kannte sich halt noch gar nicht aus mit dem Multiplayer, mit dem wir das machen. Ja. Deswegen ist da die größte Herausforderung eigentlich gewesen. Okay, und das Ganze läuft jetzt wirklich quasi über meine Internetverbindung. Wenn ich ein Disconnect habe, ist der Server weg, richtig? Richtig, genau. Genau, genau. Weil Steam-Server, die musst du jetzt ja bezahlen, also wenn du den eigenen Server dedicated hast. Ja. So leicht mach ich dir nicht. So leicht mach ich dir nicht, Freundchen. Okay. Ja, weil... Jetzt werde ich langsam warm. Ja, Mann, der ist warm. Der Mann hat sich eingespielt. Genau. Also das mit der eigenen Server, das wäre halt schwierig dazu. Deswegen haben wir das nicht gemacht. Verstehe. Finde ich gut. Finde ich absolut klasse mit dem Spiel hosten. Bin ich ein großer Fan von. Da habe ich nämlich immer den besten Ping. Ja, gut. Aber Ping ist nicht alles, was man kann. Es gehört, nicht? Boah. Boah. Darf er das? Darf er das? Nein! Darf er nicht. Oh nein. Darf er dich mit meinem Namen? Das schaffe ich, das schaffe ich. Komm her, ja. Oh mein Gott! Ah! Schade. Für welche Plattform wollte er das dann noch raushauen? Bleibt es erstmal only Steam oder ist da noch mehr geplant? Erstmal only Steam, weil die Integration ist halt direkt der Steam gedacht eigentlich. Mhm. 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 Die ersten Sternkontrolle. Oh ne, das ist hier alles seitenverkehrt. Was macht denn ihr Kind das? Och, Menno. Ich bin voller keine gegen das Ding geragiert. So, wie lange ist denn das mit seitenverkehrt? Ja, die ganze Runde. Wenn die es ruht, dann ist es die ganze Runde. Mann. Genau. Mhm. Sind noch mehr Maps, noch mehr Spielmodis geplant? Ja, wesentlich mehr, ja. Sind da schon welche aktiv in Entwicklung? Ja. Okay. Okay, okay. Wie lange soll die Early Access... Hä, woher soll ich das wissen? Guck auf die Augen. Ach, auf die Augen. Der zeigt keine Farbe. Ach, auf die Augen. Ach, Mensch. Ja. Genau. Wie lange ist denn Early Access geplant? Erstmal für ein Jahr. Mal gucken, ob das verlängert oder nicht. Aber auf alle Fälle in dem Jahr Early Access wollen wir wirklich dann halt die ganzen Feedbacks einnommen von der Community und machen dann halt dementsprechend dann auch. Wenn die halt Wünsche haben, versuchen wir das mit zu implementieren. Okay, also wenn ich euch schreibe, ey Mensch, ich hab die und die Idee, kann ich mit dir persönlich Kontakt aufnehmen jetzt als Person XY, du antwortest mir und sagst, yo, danke fürs Feedback, bauen wir ein oder nicht? Ja, genau, dafür ist der Community, hab ja zum Beispiel da oder halt dann unsere Discord. Hört sich super an, okay? Finde ich gut. Wir waren halt ziemlich eng mit der Community zusammenarbeiten, das halt. Finde ich richtig klasse. Ganz wichtig für uns. Ja. Okay, perfekt. Habt ihr noch Fragen, meine Süßen? Schreibst du mal rein in den Chat. Hab ich mir noch was aufgeschrieben? Ich bin nicht doof. Oh, heiflich ab. Ah, nee, oder? Ja. Oh, der war sehr gut. Wir müssen ihn noch einholen. 20 Runden haben wir noch. Oh, ja. Dodge the blast. Ah, du heiliger Bim Bam. Ach, das Ding, ach, oh nein, und das ist spiegelt verkehrt. Es ist wieder alles gespiegelt. Warum macht ihr das mit mir? Oh, nee. Cool bleiben, cool bleiben. Denno, hallo? Du riechst heute wieder gut. Du riechst nach Liebe. Ich dachte eher an was anderes. Cool bleiben, cool bleiben. Oh, sogar mit Blut. Jetzt wird es über 18 hier. Oh, hast du Glück gehabt, ey. Das war Skill. Kein Glück. Der Dämmler legt sich erst mal strafen. Ne? Ach, tschipü. Jawoll. Sehr schön. Ja, und das ist halt ein Spiel. Haben wir uns halt gedacht für zwischendurch, ne? Ja, das macht auf jeden Fall Spaß, wenn du da drei Kumpels hast oder bis acht Spieler geht's, ne? Ja. Das ist schon ein ganz schöner Batzen, acht Spieler. Boah, was habt ihr hier mit der Schwerkraft gemacht? Böse ist nicht mehr. Ja, boah. Ich hab gerade im Twitch-Chat gelesen, mehr Votes wären geil. Also das würde ich wirklich unterstreichen. Mehr verschiedene Votings. Yo. Würde ich feiern? Oder wenn die auch von Runde zu Runde unterschiedlich sind? Das kommt immer auf die Map drauf an. Man kann nicht alle Votes für alle Maps nehmen. Deswegen, wir wollen noch mehr reindringen, ja. Aber das ist halt mal das Nebensächliche. Voting kommt dann auf alle Fälle. Noch dazu, alles. Okay. Na gut, die Livestreamer sind ja eher so, ich sag mal, nicht die größte. Oh Mist. Zielgruppe, einfach. Die größte Zielgruppe, richtig. Game one gegen Heki. Pool-Jugger! No! Jung gegen Alt. Und Jung hat gewonnen. Ja. Erfahren gegen Unerfahren. Summer. Summer. Genau, also wesentlich mehr Maps auf alle Fälle. Da kommen noch, wir haben noch viele Ideen dazu. Mhm. Oh, äh. Oh geil. Oh geil, bonk. Okay, Nico, ich ist? Äh, nach oben. Nein, nach oben. Hallo. Jaa, easy. Ich wusste nicht, was ich tue. Das ist ja gut. Oh Gott. Oh Gott. Nach oben. Ah, ich reingehe. Genau, weil ich reingehe, wenn ich reingehe, werden wir einfach stehen, weißt du? Ah, okay, okay, okay. Und warum stand da gerade Fresse? Hat jemand eingeschwimmen? Ich hab' Heil. Aber mal. Nico. Obacht, ja? Ja. Kacklaufen. Bitte, Respekt. Weißt. Ich steh'n in einer besonderen Verbindung. Oh Gott, was ist das jetzt? Weder Seitenverkehrt. Oh mein, oh mein Gott. Oh, oh, oh. Oh, das ist nicht schön. Oh, Chica. Ich bin abgerutscht. Abgeprallt an der Wand. Ich bin platt. Das, meine Damen und Herren, war ein klassischer Fall von Gefettfingert. Das passiert im Alter. Die sind schon sehr frech, oder? Merkt ihr das? Ich fühl mich hier echt angegriffen. Ich fühl mich unwohl. Ich muss weg. Bitte nicht, bleib bei uns. Man kann auch einstellen, dass halt nicht jede Runde zum Beispiel in ein Voting kommt. Hm, okay. Wenn man da eine Prozent einstellen lässt, deswegen, dann ist es halt nicht immer jede Runde irgendwas. Ja. Bleib ich tot. Yes. Er holt den, holt den. Kommt schon. Guck mal, Nico und ich haben gleich viele Punkte. Der nur hat einen Punkt mehr. Also ist noch alles drin. Dodge, okay. Ach du. Oh, 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 oh. Oh, ja. Cool bleiben. Komm schon, komm schon. Das kann ich. Ausweichen kann ich aus dem FF, meine Lieben. Ich mache den ganzen Tag nichts anderes. Ja, sehr schön. Oh, Steven, komm, ja. Ich, ich weiß auch schon, warum. Komm, 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 du hast keine Chance gegen mich. Steven, da kannst du 20.000 Punkte, äh, Stunden hier haben. Ja. Ich kann meine Augen schließen, trotzdem weiche ich jeder Kugel aus. Hier greift nämlich meine telepathische Kraft. Ja. Von Sarah Kerrigan, die in mich übergegangen ist. In meinem StarCraft Let's Play. Jetzt auf meinem YouTube-Kanal. Hä, du hast den Ball ab... Hä, du hast das Ding ausgehalten. Da war ich irritiert und deswegen konnte ich nicht mehr ausweichen, weil ich eigentlich schon gewonnen hatte. Bug Report. Das ist... Ich sag dir, er cheatet. Ich sag dir, der Entwickler selber cheatet. Jetzt haben wir es hier. Es ist approved. Habt ihr das gesehen? Alter, der hat mit seinem Sturkopf, hat er die Kugel abgefangen. Der hat eigentlich Schädel aus Stahl. Nee, die Kugel war einfach zu langsam. Gott. Deswegen hat sie mich nicht... Ab einer gewissen Geschwindigkeit ist die, äh, oder reagiert es halt nicht mehr. Ja, ja, ja. Er hat den Entwicklermodus an. Er hat wirklich den... Den Steffmodus. Wisst ihr, der hat hier noch so ein Eingabefeld. Da klickt er einfach auf, unbesiegbar in der Runde. Rikki, niedrige Schwerkraft angeklickt. Denno kann gar nicht mehr springen. Richtig. So läuft das hier doch. Hä, was ist denn das? Ich bin tot. Hä? Oh, Menno. Du bist in die falsche Richtung gerannt. Geil. In die falsche Richtung. Ich hab nicht gesehen, wie du in die falsche Richtung gerannt bist. Hm. 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 Das ist der Skywalk. Und was ist nach dieser Zeit geplant, Steven? Wenn ihr sagt, Stick-Tournament ist jetzt abgeschlossen, ist ready. Habt ihr schon ein neues Projekt in der Mache? Oder wollt ihr euer Team vergrößern? Wie sieht's denn da aus? Wir schauen erstmal, wie es mit Stick-Tournament läuft. Also, ein Spiel auf alle Fälle würde ich nochmal programmieren. Na klar. Hm. Hm, okay. So, was haben wir denn jetzt hier? Oh, halt ein Bildschirm. Hätten wir noch die alten Röhrenbildschirme mit der grünen Farbe dann im Hintergrund? Ja. Erfolg rein. Das ist super hart, ist das. Ey, wenn ihr das selber nicht spielt, ihr könnt das gar nicht nachvollziehen, warum ich hier ständig draufgehe. Das ist super hart. Weißt du, Steven sieht das natürlich easy aus. Aber ihr seht ja auch den Septon und Gamebot. Die haben ja auch hart zu kämpfen. Wahnsinn. Das ist richtig schwer zu mastern, das Ganze hier. Vor allem mit diesen Votings. Das stimmt, ja. Mit den Votings macht halt auch was vieler. Ohne diese Votings hätte ich wahrscheinlich schon besser abgeschnitten. Und ihr votet ja auch immer eine gespiegelte Kamera. Ihr wollt mich leiden sehen, ne? So, jetzt muss man hier alles anmalen. Okay, das kann ich doch auch gut. Geil, direkt mit unserem Effekt. Guck mal, die Uhrzeit da hinten ist auch gespiegelt. Ey, das ist doch nicht normal. Warte mal auf damit. Alles wird hier gespiegelt. Wenn ich was spiegele, dann ist es Spiegeleier. Sonst nichts in meinem Leben. Wow. Wahnsinn. Da war zu wenig Gelb drin. Nächste Runde. Oh. Da kriege ich Albträume bei diesem Modus hier. Das ist mein Albtraummodus. Oh nein, und wechseln die Schwerkraft. Ach so Scheiße. Ich hab keine Schwerkraft mehr. Ihr habt alles. Ihr habt mich schon wieder auf einem gewissen Tod. Gott. Jawoll. Schnell, lauf, lauf, lauf. Nico Deliches, du schaffst das. Bitte. Tu es für mich. Ich renne, wie du noch nie in deinem Leben vorher gerannt bist, Baby. Ach du Scheiße. Sehr schön, klasse. Ach du Wurst Scheiße. Oh mein Gott. Pass mal rein. Das war zu schnell. Denno, bitte enttäusch mich nicht. Ey, wir müssen noch mehr Punkte holen. Komm schon. Climb the wall. Okay, mach ich. So, nix wechselnde Schwerkraft. Die Votings sind jetzt verboten für euch. Schluss jetzt. Hallo. Sehr schön, dafür haben wir uns ein Tutorial gemacht. Jawoll. Oh mein Gott. Habe Angst. Hoch, 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 hoch. Hoch, 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 hoch. Ich, ich, lol. Ich dachte, wäre jetzt gerade ein Mack gewesen. Duck dich, Baby. Bitte. Okay. Ach du Heiliger. Nee, ich habe Schwerkraft rein. Ich habe auch keine Schwerkraft mehr. Ich komme nicht hoch. Ich komme nicht hoch. Jetzt komme ich hoch. Ich komme auch nicht hoch. Ich komme auch nicht hoch. Hört auf zu warten. Hört auf zu warten. Runter, schnell, runter. Hört auf, schnell. Oh Gott, ich bin... Oh Gott, ich bin... Oh nein. Hoch, 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 hoch. Rüber. Gameboard, geh mir aus dem Weg. Ich bin der General. Oh Gott, ich bin der General. Oh Gott, ich bin der General. Komm schon. Runter, runter, runter. Schwerkraft. Stopp, stopp, stopp. Ja. Yo, I am back, baby. Woo. Und Ricky ist nun auf dem dritten. Der Kampf. Der Titan. Es geht weiter anders. Achtung, nicht in der Mitte stehen. Danke. Danke. Was denn bitte jetzt? Nee, ich kann mich nicht... Ihr seid sehr rankelmütig seid ihr. Oh, Kamek, kommt auf. Kamek. Oh, Jünger. Ja, kommt. Was soll denn das? Mama, ich mach's mir gleich in die Hose. Ach du Scheiße. What the fuck is this? Amüsiert euch. Macht euer Ding. Ich bin hier safe. Oh. Ich bin safe. Oh, 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 oh. Ich grüße. An die Füße. Oh. Weg, gesmashed. So, was haben wir denn hier? Was ist denn das jetzt? Was soll das denn jetzt? Nein, ich bin zu tot. Ich bin noch da, ich bin noch da. Äh, jetzt, was jetzt? Hä? Nach unten. Was? Boah. Das ist aber... Das ist natürlich nicht ein Vorteil. Fies. Er darf nicht erst drücken, wenn er auf der Line sein. Sagt doch jetzt, wenn er gewonnen hat, ne? In der Lobby. In der Lobby ist er jetzt Teil extra der Pedal. Zum Besten. Ach so. Okay, verstehe. Darauf kommt doch keine Sau. Guckt euch diesen Macher an. Habt ihr gesehen? Er leidet da lange. Es hat da den ganzen Tag nichts anderes gemacht. Okay, was ist denn das jetzt? Ausweichen. Oh, Junge. Gut, kann ich, kann ich. Nein, oh, hier. Ja, sehr gut. So, Denno, komm her. Zwergenkönig. Ich hab keine Angst vor dir. Heute gibt's Zwergisch und zwar zum Frühstück. Easy. Nein. Jawohl. Boah, haben's runtergekickt. Warte mal, hast du mir gerade ein RKO gegriffen? Jawohl. Ich hab dich ge-RKO'd. Lol, das war jetzt super random. Das ist mega geil. Also, das muss auf jeden Fall geclippt werden. Ricky, gib mir einfach ein RKO. Ja. Bitte mal clippen. Geil. I love it. Okay, jetzt, jetzt kommen wir in der Revanse. Der Revanse. So, komm her. Bei mir ist Sperrkraft. Kein Problem für mich. Alles easy peasy, lemon squeezy. Gib dir gleich mal ein Lieber. Rüber, rüber, rüber. Nein. Auch hier. Nicht runter, nicht runter. Bin unten. Schmoll. Boxen haben was gegen mich. Hey, gib dir mal eine Sperrkraft, bitte. Ihr seid aber verbittert. Nein. Schön, denno. Willst du mir jetzt auch ein RKO geben? Ich schau zurück. Ich geb dir einen richtig fetten L5, mein Lieber. Oh, okay. Ansage. Jump down, mach ich. Los geht's. Keine Votings für euch ist verboten. Oh, nein. Ah, das war fies mit der Sperrkraft, ey. Cool bleiben, cool bleiben. Ähm, äh. Rennen und springen? Oh, 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 oh. Nico, du machst vor, ich mach nach. Okay. Oder auch nicht. Oh, Gott, was machen? Ich mag gerne nachmachen. Ja, denno, komm, komm. Ja. Oh, 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 oh. Gut, gut, gut. Junge, 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 das ist hier auch schon wieder am Öl, ne? Das ist auch ein geiles Level, mega. Oh, nee, jetzt müssen wir hier hoch. Das ist, das ist, oh, das ist, nee, das ist nicht schön. Lieber Chaka. Ich störe. Ja, Bacca. Oh, der, denno, der genießt. Oh, oh, denno, denno, Zugzwang, Zugzwang. What the hell? Der hat's ja voll drauf. Was, bist du Superman? Nee, ich bin Superdenno. Superdenno, Superdenno, slidet richtig ordentlich durch. Bis zum Feld und dann wieder ganz unten an der Net. Oh, mein Gott, ihr habt gewartet. Bin tot. Von der Säure der GBA zerfressen. Ich verspreche. Das ist echt irritierend. Ihr habt wirklich hier gegen euren General gewartet. Ach, du Scheiße. Denno darf jetzt nicht gewöhnen. Denno darf, ja, sehr gut, sehr gut. Nein. Oh. Komm. Nico Delicious, hol das Ding. Nein, ich krieg dich, Vicky. Ich krieg dich noch. Nein. Das ist die vorletzte Runde. Dann werde ich dir mein, dann werde ich dir mein Po ins Gesicht halten. Nein, nicht dein Pupöchen. Nicht dein Pupöchen. Alles, nur nicht den. Komm nicht. Komm nicht hoch. Oh, no, 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 no. Oh, 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 oh. Komm schon. Oh, mein Gott. Großes Finale. Don't fall. Los geht's. Ach, du Höriger. Runde 46. Oh Gott. Ach, du. Oh, nein. Das wird eine kurze Runde. Denno versus 8 zu 8. Denno und der General Ricky teilen sich einen Platz und zwar den zweiten. Nico Delicious ist auf den dritten Platz. Somit steht jeder auf dem Täppchen drauf. Auf dem Treppchen. Guck mal. Denno, hey. Hey. Sportsfreund. Wir nehmen es mit Humor. GG. Sir Steven holt den ersten Platz. Ausrufezeichen Applaus in den Chat. Ausrufezeichen. GG. GG. Das war ein erster Einblick in Stick Tournament. Steven, möchtest du noch ein paar abschließende Worte sagen? Ja, ich würde mich freuen, dass ich über Wischlicht eintrige. Das ist immer gut. Ansonsten, wenn es gefallen hat, gerne kaufen oder Promotion machen. Wird erledigt. Ja. Das war geil. Salud, Rekrut. General Ricky tritt ab. Und Danny war auch dabei. Wiki. Ha, ha, ha. Ho, ha, ha. Hallo.